wir testen heute einmal das fünfteilige gartenfeuerwerksortiment von nico das sind also es waren mal fünf fontänen und es gab drei von denen hier und zwei von diesen vulkan hier und das interessante daran ist dass diese fontänen alle maximale nem füllung haben und sie gelten noch als jugendfeuerwerk das bedeutet dass der der effekt extrem gut ist für jugendfeuerwerk und wenn man sich jetzt mal anschaut dieser vulkan hier der kommt der größe von einem klasse 2 vulkan deutlich nah also so was so eine größe sieht man oft auch in heuerwerksortimenten und diese größe hier auch und das alles ist aber noch klasse 1 und wir werden jetzt gleich einmal hier den grünen und diesen bekannt als erstes die grüne sommerfontäne extrem schönes crackling als vergleich zünden wir ein knatter blitz ja sehr schlecht so als nächstes dann einmal den vulkan auch von nico mit maximaler nem und auch relativ lange brenndauer und jetzt hoffen wir dass der zweite glatter blitz etwas besser ist doch der knatter blitz war doch etwas lauter als die erste fontäne